Hallo, ich bin's, Anna, die Siegerin des Castings von GameTV Schweiz. Electronic Arts hat leider ein paar schlechte Nachrichten für Mobile Gaming zu verkünden. Apex Legends Mobile, der Mobile Port des beliebten Battle Royale-Shoters von EA und Respawn, wird am 1. Mai, nach nur 8 Monaten Betrieb, abgeschaltet. Auch kündet der Publisher die Stornierung ihres Spiels Battlefield Mobile an, welches seit ein paar Jahren im Hinterkopf der Fans und der Entwickler schwebt. Grund dafür sei das Desinteresse und die Limitationen von mobilen Spielen, da sich die Videospielbranche weiter in Richtung Konsolen entwickelt. Folgt uns auf GameTV.ch für mehr tägliche Game News. Bis zum nächsten Mal. Eure Anna.